Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Hoffentlich war das genauso schön wie beim letzten Mal. Mit am Start ist der Chris und der Dark Angel alias Jessica Alba. Oder? Nee. Wie war dein Name? Mark. Atomallomark. Pum, pum, pum. Ja, dann lasst uns, wir sind hier alle gleich zusammen. Dann lasst uns gleich mal zusammen Generator suchen. Ja. Es ist die Killerin, äh, die Axtwetterin. Oh. Oh Gott. Oh, wir sind hier alle vier. Ja, und die kommt auch alle, die kommt gerade in unsere Richtung. Also ich höre sie nicht mehr. Also bei mir ist Penn, äh... Hört ihr nicht das Gesinge? Ach, wie jetzt? Der einzige Killer, der so eine Psycho... Ja, du hast gesehen, die kommt zu mir. Warte, entgegen, renn weg. Oh, ja, sie ist mir in die Fresse ganz. Ja. Ah. Der hat immer so ein Talent dafür, als erstes Gold zu werden. Hilfe. Oi. Oh, sie ist jetzt so ein komischer Generator. Ja, die Summe immer. Muss man mal, bei dem Killer. Die hörst du immer noch so ein Summe, das ist voll Psycho. Ja, sie haben das Spiel horrormäßig echt gut umgesetzt. Oh ja. Ja, das finde ich echt. Lässt mich hier liegen, ne? Okay, dann bin ich jetzt gleich auf dem Weg. Na, die retten anderen in der Jog. Ja, rennt ja. Ich bin jetzt ziemlich weit weg, aber... Also ich guck gerade, dass ich mich hier verstecken kann. Ah, hier auch. Ja, komm mal weg, ich bin auf dem Weg gleich. Snake, dann probier du wieder Generatoren zu machen. Mache ich. Bin schon dabei, am ersten. Bin auf dem Weg. Genau wie gestern. Chris hilft mir die ganze Zeit und Snake macht die Generator. Oh, jetzt hat er den zweiten. Ich glaube, der kommt nicht zu mir. Oder? Läuft mir hinterher, okay? Oh Gott. Fuck, ich muss weiter. Wir sind jetzt nur noch drei Leute, müssen aber fünf Generatoren machen. Ah, jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Wir gucken, dass wir sich jetzt gleich weg. Ja, machen wir. Oh shit, das war ich. Ich war gerade, du großartige. Da hinten läuft so. Ich bin genau in der Nähe von euch. Ich werde mich mal nicht selbst befreien. Ich kommt her. Wir müssen uns aufteilen. Sie retten hinterher, hol du ihn. Sie retten mir ins Haus hinterher. Dann häng du ihn ab. Hey, lol. Hey, lol. Bist du auch ins Haus gerannt? Ja. Das hattest du nicht tun, denn ich sag dir, häng ihn ab. Ich sag dir, sie retten mir ins Haus hinterher. Mein Volk. Dann häng dich, der Chef. Dankeschön. Wenn wir hinterher, dann halte ich dich. Lol. Wahrscheinlich. Komm, du musst auch mal schaffen, die Out zu planen. Das musst du mal üben. Jetzt fummelst du erst mal mit einer Asiaten. Guck mal, jetzt gleich einen Generator in den Kürmer machen. Jo. Ja, echt. Dabei kannst du die im Haus so gut outplanen. Du musst immer wieder ins Haus rein, ins Haus raus. Wer meint erst mal schnell den Generator? Nee, irgendwie hat die das so. Und die hat irgendwie voll das Talent, mich einfach zu blocken. Snake, wie oft hängst du schon, Snake? Was? Wie oft hängst du schon? Hingst? Äh, keine Ahnung. Aufgehaftet. Einmal, zweimal. Auf, äh, einmal, einmal, ja. Sorry. Ich war gerade. Brain, Afka, ähm. Oh, ja. Ist sie noch frei, hier? Ja, gehen Sie. Ich hab' mal, ich hab' nicht so richtig. Ich hab' nicht so richtig. Der kommt zu uns. Ich bin schon auf dem Weg zu mir. Ich bin schon so richtig. Snake, renne Richtung Mitte des Hauses. Der passt sich ja besser ab. Ja, ich bin dabei. Musst du hoch sind. Im ersten, wenn du hochkommst, wenn du hochkommst, im ersten Stumpf... Ich bin, Down. Ja, ich seh's. Halt jetzt gleich, warte, bleib stehen. Sie hat ihn, bleib stehen. Siehst du, wenn sie mal bei einem anderen ist, dann kann man immer chill. Nein! Komm mal mit. Noch mal mir hinterher. Okay, ich bin down. Na super. Ach, wieso? Hast du schon gestrückt? Ich hab mehrfach Lärters gedrückt, aber irgendwie trotzdem gestorben. Ja, der Trenn weg. Der Trenn ist immer weg. Es tut mir leid, wir wollten natürlich mit ihm außen rum. Ich wollte außen rum und nicht holen, aber der hat uns genau da abgefahren gerade. Ich geh mal in den Zuschauer-Modus und spiel mal ganz kurz AFK. Okay. Ich hab grad was bei mir, jetzt in real life, da war irgendwas. Moment. Wollt Fische, wollen was. Probiert draußen Generator zu machen. Ja, ja, bin dabei. Ich hab einen hier drinnen. Bleibt draußen, ist ein Moment. Ja, das ist echt schwer, wenn einer disconnectet hat. Sie fährt nur noch zum dritten, ne? Und... Okay, ich hab ja. Hängen sie ab. Üb das. Sprinter schnell weg. Am besten zum Haus in die Mitte. Das ist meistens die Sache. Ich krieg sowas meistens nicht hin. Ja, du musst das noch üben. So, was das echt noch üben. Ja, guck. Wann zum Haus? Hängen sie da, wenn du schaffst. Buchen jetzt. Die Abkürtung, wie weiß ich nicht was. Jetzt hängst du zum Zweifel und du sitzt denn vor. Ist das wichtig? So, da ist er wieder. Ich hatte grad ein kleines Problemchen. Ich hab ja ne Glastür als Wohnungstür. Und es hatte grad irgendwie übelst geflackert. Wie so ein Blitzlicht. Da muss ich erst mal nachgucken, was da Sache ist vor meiner Wohnungstür. Aber war nichts. Äh, ich stand. Ich mein, ich spiele grad ein Grusel-Game und dann flackert's in Real Life noch irgendwo. Das war schon ein bisschen strange. Ich hab' den Killer ausgeschockt. Also ihr könnt gern schon ein und neuer Lobby machen. Entweder wartet oder nicht noch schnell. Oder sind wir zu tun. Sehr okay. Wir warten noch auf dich. Boah, Alter, du siehst einfach, du hörst es einfach schon. Aber du, weißt. Ähm. Ich muss die Luke finden. Ich hab' einen Sprintboost. Ich glaub' sie ist hinter dir. Ich glaub' die hat's schon gesehen. Kann er sein? Ja. Die sind da dir. Doch nicht. Und du bist. Ich hab' ihn mit dir. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch! Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch! Alter hat er nicht mein Glück Die Lerke rausküren, die war auch hier Häng mal den bösen Pillar an Ich müsste jetzt die Luke suchen Mein Anti-Move-Plugin von TeamSpeak ist doch aus So ein Mist Hab ich grad gemerkt Und ich hab die Sounds noch an Ah, ist das unprofessionell Mach mal nochmal ne neue Egal Noch läuft die Aufnahme Laden wir so hoch, niemand ist perfekt Such grad die Luke Weil die drei Drei Dinger werd ich wohl nicht bekommen Die drei Generatoren Na doch schaffste Äh, kannst du dich selbst teilen mit dem Ding Oder kannst du nur andere Ne, ne 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 Das ist leider ein Das ist leider ein Werkzeugkasten Achso Damit kann ich denn nur reparieren Aber nicht fallen Na dann reparier mal Probier's mal, du vielleicht schaffst es Drei Generatoren auf der Map Ich renne jetzt wenigstens einmal rum und so kurz nach der Luke Obwohl hier ist ein Generator Ja mach mal Na komm ich noch den Ding ist, wenn die Luke offen ist, dann hört man so ein Geräusch in der Nähe Wenn du in der Nähe von der Luke bist Das ist so ein So ein Wind, der durch ein leeres Haus fegt So hört sich das an Und dieses Geräusch suche ich gerade Wie ich über die Karte laufe Ob es grad noch nicht Die kommt Ja Und sie hat mich gebeten Ja, hattest du gesehen, ja Das ist mich, ich bin unschuldig Ja Du brauchst sie auch nicht werfen Nein, sie kommt sie Hahaha Ist sie nach links gelaufen anstatt mir hinterher Scheiße Wäre ich nach rechts gelaufen, dann hätte ich es geschafft Na gut egal, hab mir nix um Nächste Runde wieder mit Fisch Dann muss es einfacher Ja Okay Ich will mir jetzt helfen Ich will mir jetzt helfen Sagen, ich soll dir eine Radroak fertig machen Du könntest dich noch befreien Du könntest dich noch befreien Also sie will kurz die paar Punkte noch haben Also sie will kurz die paar Punkte noch haben Beziehungsweise sie ist freundlich gesonnen Ja, das Spiel ist ja auch vorbei Ja Ja Die hat gewonnen Jetzt ist sie so freundlich und gibt mir noch die 1-2 Generationen Oder auch nicht Ja 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 Das skippt ihr Punkte Ja 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 Aber so ein Video wollte ich eigentlich nicht hochladen Wo man boostet Ja 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 Na Ja Ja Das war eine Runde, die wir verkackt haben Und ja Tschüss Bis zum nächsten Mal.